Wir dürfen nicht versagen. Und wir werden auch nicht versagen. Aber schon wird es jetzt zu dümmer mitgenommen, da gibt es auch keine Diskussion. Irgendwann nur gegen zwei kämpfen. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und jetzt können wir wieder fliegen. Wenn du so hart nerven willst. Ich habe kein Ziel. Wenn du so hart nerven willst. Aber gut. Verdammt. Oh gut, es wird noch ein bisschen doll mit den Christen. Ich bin erleichtert zu hören, dass dieser Abschaum endlich vernichtet wurde. Ihr macht eure Arbeit gut hier. Darf ich so vermessen sein, euch beim Namen zu nennen? Gerne. Wenn ihr möchtet, habe ich eine weitere Aufgabe für euch. Eine, die besonders wichtig ist. Jemand, der mit so offensichtlichen Talenten wie ihr wird, sicher leicht bewältigen kann. Während ihr in den Ruinen von Arcalon wart, habe ich bitte Schützung von einem unserer Mitarbeiter im Feld erhalten. Wenn ihr es scheint, hat das Konsortium einige Probleme damit. Da wird Ware von den Blutelfen zurückzufahren, die sie nicht bezahlt haben. Zahlen wollen. Bitte begibt euch nach Area 52 nach Osten. Ich überquert die Brücke zur nächsten Entserv und findet meinen Gefährten. Äh, Gaiju. Wie auch immer da ausgesprungen wird. Im, äh, Mittelreichsposten. In der Biogruppe, Mittelreich. Gut gemacht, Chefe. Oh man, man versagt ein bisschen. Äh, nicht geil. Äh, aber gut. Äh, nicht geil. Huh. Äh, nicht geil. hallo bitte um unterstützung ja ist das war die blutelfen weigern sich auch dieses mal die ware die sie schon liefert wurde zu bezahlen etapirscher kaijin euch geschickt hat habe ich dass ihr mit dieser angelegenheit helfen könnt unsere geschäftsbeziehung mit den blutelfen scheint zu ende zu sein vor ein paar wochen wurde ihnen bei der mana schmiede duo eine große ladung mit vermessungssystem geliefert die haben sich geweigert dafür zu bezahlen jedoch ich möchte dass ihr die blutelfen in der mana schmiede duo mosten einen besuch abstattet scheinen ein paar probleme mit angreifenden mana kreaturen zu haben also nutzt das aus dass sie beschäftigt sind mir ist egal was hier was passiert aber ich hätte ich hätte ich hätte meinen rechtmäßigen besitz gehört zurück wenn es darum geht blutelfen zu töten bin ich ein profi hallo blutelfen der schrecken jeder hat blutelfen zurück ja und ich bin schon wieder im kampf ich bin außer reichweite ich bin außer tun ich bin außer tun ihr hättet hochelfen bleiben sollen wäre ich das nicht passiert du älter jäger ich muss zuerst etwas anvisieren scheinbar bin ich ja der bessere jäger aber wen wundert's ich brauche ein ziel ich habe kein ziel drauf ich brauche ein ziel so damit wären wir aus der akku von der einen raus ich habe kein ziel ich muss näher ran ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel hättet alle leben können aber ihr musstet ihr blutelfen sein ich muss zuerst etwas anvisieren ich weiß nicht woher der rand gerade her kommt aber nicht mit mir tut mir leid meine pets aber ihr seid jetzt verloren mein beileid an euch kann ich mir das nur noch an können was